Gestern hatte ich ja in meinem Kreativ-Depot-Hall gezeigt, dass ich diese Stanzen mir bestellt hatte von Crealise und in der Hoffnung, dass diese Streifen zu diesen großen Worte-Stempeln von Kreativ-Depot passen würden. Und das habe ich jetzt mal eben fix nochmal ausprobiert. Ich brauchte noch eine kleine Dankes-Karte. Die ist jetzt schnell aus Resten entstanden. Aber ich bin ganz zufrieden. Und hier kann man auch sehen, ich muss schon vorsichtig sein, weil die Novo-Drops vielleicht noch nicht ganz trocken sind, bevor ich mir die wieder zerditsche, dass das mit der Stanze und den Stempeln super funktioniert hat. Also die Stanze ist jetzt die mittlere von diesen fünf Stanzen und die passt genau mittig auf die großen Worte und die kleinen Sprüche, die dabei sind, passen dann genau mittig zwischen die gestitchten Rahmen. Also Plan ist aufgegangen und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und wenn ihr Lust habt zu sehen, wie diese Karte mal eben schnell entstanden ist, dann bleibt einfach dran. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020